Ich habe mich beim MUD Projektors beworben, weil ich hier die Chance gesehen habe, am digitalen Wandel von Volkswagen Nutzfahrzeuge mitzugestalten, mit den Kompetenzen, die ich eben als Designerin mitbringe. Und das war sowohl fachlich als auch persönlich so mein Ansporn hier mitzumischen. Was ich schön finde hier ist diese Lockerheit, mit der man miteinander umgeht. Alle sind per Duo, alle sind per Vorname. Ich habe mehr Konzern erwartet und habe weniger vorgefunden. Das ist anders. Mir ist auch wichtig, dass ich mich auch mit meiner Führungskraft gut verstehe, also dass wir auch über Dinge diskutieren können. Hi, mein Name ist Kerstin. Ich leite die digitalen Produkte und Services bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Hi, mein Name ist Nils. Ich leite das Team GoToMarket. Ich bin Michael. Ich verantworte hier die IT-Umsetzung. Ja, hi, ich bin Caroline. Ich bin hier im Team Lead. Wir entwickeln hier digitale Produkte und Services für Volkswagen Nutzfahrzeuge. Hallo, mein Name ist Morten und ich leite als CIO die IT von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Wichtigste bei uns ist, Transparenz zu schaffen, gemeinsam Probleme anzugehen, natürlich auch gemeinsam Probleme zu lösen. Und das Wichtigste ist aber, trotzdem den Spaß nicht zu verlieren. Und ich bin in love with this good life. Can't give it up. Make it to the top and keep climbing. Die core part of our colleagues is very creative and innovative and very agile. It brings a lot of positive energy for my working. I like it very much. Wir bringen eben die neuen Prozesse gemeinsam auf den Weg und das als Pioniere. Wie cool ist das eigentlich? Wenn du auch im Team was gestalten willst, dann melde dich bei uns. Jeder, der hier mitmachen möchte, bekommt von mir die neueste Hardware gestellt, your tools, your rules und ein cooles Hoodie. Bis zum nächsten Mal.